Alle Spiele der Regionalliga-Fest. Live von Dondi Maden auf Sport-O-Tal. Fortuna Köln wird das Spiel eröffnen. Ganz in Rot von links nach rechts. Der Gastgeber mit den weißen Trikots von rechts nach links. Werke wird vom Tor weggetreten. Und aus Kurzem völlig frei. Und verfehlt um Haaresbreite. Erste gute Möglichkeit des Spiels, der hier zum Abschluss gekommen ist und beinahe sein sechstes Saisontor erzielt hätte. Raus Sanchez macht das gut und schnell Richtung Safi. Safi am Tor vorbei. Und Langer holt sich den Ball. Batteriello mit ein bisschen Platz. Nagombe kommt über die rechte Außenbahn. Flanke Richtung Sascha Marquet. Aufs Tor. Kegel bringt den Ball auf den ersten Forsten und da brennt es abermals. Leon Wechsel ist zur Stelle und reagiert gut. Nagombe hat ein paar Meter Platz vor sich. Und der Ball ist richtig stark. Jetzt haben sie mal ein bisschen Platz über die Außen. Ball kommt auf Marquet. Das sind Wilms. Nagombe. Und da ist Budimbu völlig blank mit der Regnabnahme. Linz und Schaub auf Bravo Sanchez. Das ist technisch anspruchsvoll. Kurzen. Auf Koroba. Patrick Koroba bringt den Fall zu Schaublatte. Und er scheitert am Querbalken. Und er scheitert am Querbalken. Was für die Gelegenheit für die Fortuna durch Timo Oelscher. Hier die Wiederholung. Angelo Langer mit der Flanke auf Oelscher. Und wechselt. Steht genau richtig. Und begräbt den Ball dann unter sich. Schaut selber hier gerade schon prüfend auf seine Uhr. Stark. Batteriello. Langer hat Platz. Angelo Langer. Marquet. Hält den Ball im Spiel. Nagombe mit dem Dropkick. Vor das Tor schlagen. Hofmeyer vom Tor weg. Und da ist Flottmann zur Stelle. Rumpf. Zieht den freien Wilms. Sehr gut dabei. Genau da muss er hin. Das sind Wilms. Wilms mit der Schusschance. Wilms. Und wechsel hält. Wilms Richtung Marquet. Ball nach dem Spiel. Sascha Marquet. Und da kommt Lars Lukoc. Richtung Budimbo. Der trifft den Ball nicht richtig. Was für eine Gelegenheit. Da ist wieder Wilms. Und Batteriello wird geblockt von Flottmann. Mit Wilms. Noch mal Rumpf. Langer. Wird nicht angegriffen. Ball kommt vor das Tor. Richtung Marquet. Und wieder wechselt. Und wieder wechselt. Lukoc. Und wechselt zur Stelle. Ziele lebt noch. Und wieder wechselt. Marquet mit Budimbo. Marquet mit Budimbo. Sascha Marquet. Richtung Wilms. Gut runtergeholt den Ball. Schuss geblockt von Hippel. Mike Kegel. Ball kommt gut. Und da fehlt nicht viel. Ein Raunen geht hier durchs Stadion. Schuster schmeißt sich rein. Ball bleibt bei Rödinghausen. Bravo Sanchez. Riemer kommt mit. Hat ein bisschen Platz. Und Andrej Weiß macht sie lang. Hoffmeier. Und der Abschluss. Und Weiß ist zur Stelle. Dixner. Der Nachschuss sitzt. Zweit zu laufen. NSV. Rödinghausen. Der eingewechselte. Jeff Dennis Wehr. Und die 2-0 Serie. Der Fortuna aus Köln. Reißt hier mit. Nach 82 Spielminuten. Wir schauen rauf. Der Einwurf kann nicht richtig geklärt werden. Dann der Schussfall auf Meier. Der auf einmal bei Schuster landet. Und Jeff Dennis Wehr ist da, wo ein Stürmer stehen muss. Nachdem Andrej Weiß zunächst sehr gut abtaucht. Ecke kommt vor das Tor. Auf den 2. Pfostenwechsel. Überragende Parade. Fast eine Gelegenheit für Köln. Aber Leon Wechsel taucht ab. Und jetzt die Kottermöglichkeit. Über Meier. Kein Abseits. Bravo Satchez. Weiß kommt raus. Die Rutschenslehre. Und der Tor ist... Das Ball ist nicht drin. Das gibt's doch gar nicht. Was für eine Chance auf das 2-0. Langer. Die Rutschenslehre. Und die Rutschenslehre. Klärt mit Hippe gemeinsam. Und das war's. Die Zuschauer jubelt hier. Das Spiel ist vorbei. Der SV Rödinghausen schlägt vor Turner Köln. Ja Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich. Ja, alles gut. Und... Und... Und...